Die Interliving Sofa Serie 4252 überzeugt durch Ihre Funktionalität und bietet Ihnen vielfältige Gestaltungsoptionen. Hinter der exklusiven Optik verstecken sich viele optionale Funktionen, die individuell an Ihre Wünsche angepasst werden können. Zum Beispiel durch die neue höhenverstellbare Kopfteilverstellung oder eine motorische Relax-Funktion. Passen Sie das Sofa Ihren Vorlieben an und lehnen Sie sich entspannt zurück. Ihren persönlichen Wünschen sind so gut wie keine Grenzen gesetzt. Entscheiden Sie beispielsweise zwischen verschiedenen Sitzhärten, Sitzhöhen, Stoff- oder Lederbezügen und Füßen. Eine weitere Besonderheit der Serie, Sie können Ihr Sofa passgenau auf bis zu 10 cm planen. Ob Einzelsofa, Eckkombination oder Wohnlandschaft, das entscheiden Sie ganz persönlich. Perfekt ergänzt wird das Sofa durch den Interliving-Sessel Serie 4350. Die Interliving Sofa Serie 4252 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und hat 5 volle Jahre Herstellergarantie. Interliving – Möbel für mich gemacht.